Hallo Leute, der Troll ist zurück. Ähm, ich habe jetzt zurzeit das Fenster offen. Mich hofft mal, stört nicht zu sehr, dass man irgendwas hören könnte, weil hier ist eine Scheißhitze. Endlich mal Sommer in dem... Ja, eigentlich mittlerweile... nicht Sommer. Oh, ich war gerade eigentlich reden. Wir sind stehen geblieben, dass wir hier Grubenkämpfe hatten und dann nicht mehr weiter gingen. Meine Klingel! Ja! Stürze denn endlich mal! Aaaaah! Wir beide erschlagen. Das Bestiarium von Assharen. Unsere jüngste Untersuchung der Fauna von Assharen gibt uns einen guten Überblick über die Schwächen der einzelnen Kreaturen. Zum Beispiel sind Kreaturen mit Dämonenbrut wie die Orks oder Goblins von Natur aus eher resistent gegen Feuer, während die meisten einfachen Kreaturen wie Spinnen sehr anfällig gegen Feuer sind und es daher meiden. Blüsse sind aber auch für Orks und Goblins so gefährlich wie für alle anderen. Untote wiederum sind etwas anders. Da sie keinen Begriff von Furcht und Verletzung haben, sind sie entweder schwer zu schlagen. Oberglücklicher Streiner hat eine gescheite Wumme gefunden, mit der sie auch so einen Drachen rauszuzelt haben und der jetzt aber weniger draufhaut. Die haben wir da jetzt sogar an, oder? No, wo ist denn so schwer die? Seelendrinker? Nein, Drachen-Clown-Schwert. Oh, können wir es vielleicht... Schwarze Ob... Können wir es vielleicht hierdurch dann auch nutzen? Das wäre natürlich richtig geil. Den sammle ich jetzt mal auf. Das Ding muss einen Nutzen haben. Wahrscheinlich ein magischer Schlüssel. Sie haben ihre schlechten Angewohnheiten von den Zauberern gelernt. Das ist also für die Türen, die wir schon seit Beginn hier sehen, dass wir die endlich aufmachen können. Steht das sonst noch irgendwas? Können wir es jetzt benutzen? Ich kann es noch nicht benutzen, aber irgendwann vielleicht schon. Noch nicht? Wie meinst du das? Nicht dieses Schwert, niemals! Die mag es also immer noch nicht. Also irgendwas muss an dem Zahnstocher dran sein. Ist hier was? Nein. Okay, dann wollen wir mal schauen, ob irgendwo der Schlüssel auch passt. Ich schlage nochmal die Leiche. Und hui. So, das macht einen riesen Spass wieder. Na, da kommen wir nicht hoch. Na? Ich komme nicht mehr auf die Festung. Okay, dann gehen wir eben. So, was stand hier denn drauf? Nach dir beendet und übrigen Boden abspritzen und alle Überreste gebeseitigen. Äh, ja, kann man gemacht. So. Hier zum Beispiel passt doch die Ort bestimmt rein. Yeah, baby! Okay. Wir langsam vorantasten. Gut, hier scheint es noch nichts zu geben. Oh, doch, da gibt's was. Kommt ihr zu uns? Natürlich nicht. Gut, sie überraschen wir. Huar! Ist das hier eine... Sei bereit! Ja! Ja! Hehehe! Oh, was haben wir denn hier? Ach, du müsstest es nochmal auf den Kopf machen! Nur zu, äh... Ganz zu gut, kommen wir her! Uiuiui! Na, können wir nicht schießen? Okay, Mann hat dran geleistet. Hä? Ich kann den Zauber nicht wirken. Nee, ich kann den Zauber wirklich nicht wirken. Also irgendwas stimmt hier nicht. Nee, das werde ich glaube ich nicht im Leben und nicht... Ja! Scheiße! Okay! Nicht gut! Okay, wenigstens hier gespeichert. So, wie mache ich das am blödsten? Da wir das Drachenclan Schwert noch nicht nehmen können, haue ich da doch gleich mal irgendwie magische Pilze oder sowas rein. Hauptsache es heilt uns. Lebensdrank. Ich habe Hunger... So, und jetzt nochmal... Geh, die Schlau... Hehehe! 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 So, einmal Hydrak rein. Ich kann aber immer noch nicht zaubern. Die Fliegenmahner, das ist klar. Das geht dann wieder. Scheiße machen die Feuerwehr in Schaden. Kacke! Also da muss ich wirklich durchrushen. Okay, jetzt wissen wir. Okay, dann nochmal hier schnell den Pilzi reinhauen. Äh, den Lebensdrank habe ich reingehaut. So, und diesmal komplett durchmöbeln. Ist das hier eine... Zeit wurde Mist unkleidiger. Hehehe! Hehehe- Hehehehe! Woher sind denn jetzt schon wieder? Auf der Scheiße! Hör doch mal auf mit dem Mist. Oh Mann, wie krieg ich sie so klein. Okay, wenigstens sind seine untute Diener verbelastet. Okay, gerade er ist schon auf dem dritten Anlieb geschafft. Stab des Seelenräubers. Das hört sich nicht gesund an. Ach da, schau her! Mama ist so hässlich! Stirbst du auch mal? Na gut, dann lass ich dich hängen. Ach nee! Du lebst es auch noch! Stirb! Gut, dann schauen wir uns den Stab doch mal an. Schaden, dass zwei Stiel bei Treffern Mahner des Gegners. Klingt ziemlich saucool. Was sollen wir denn da hinten stehen? Scheint ein Zombie zu sein. Schlüssel für Laboratoriumsfalte. Euer Mentalismus. Oh ja, klar! Schmeißen wir mal ein bisschen was weg, was wir nicht mehr brauchen. Äh, Staub des Feuerfürsten, Ehrfürstück. Staub haben wir jetzt einen anderen. Gut, machen wir es mal so rum. Schau ich trotzdem mal in die anderen Räume rein, was da so drinnen war. Dann werden wir jetzt sicher weiter dürfen. Ach, du lebst mal wieder. Was haben wir hier? Nur was zum Wegwerfen. Foto für die großen Namtaru. Bitte alle Vielschläge aus den Brutkästen hier ablegen, damit das Foto für die heilige Spinne ordentlich zubereitet werden. Oh, das hört sich hier immer richtig gut an. Das ist eine heilige Spinne. Machen wir mal ein bisschen Sauerei hier. Gut, dann schaue ich dann nochmal drüben rein. Ich nehme an geradeaus hier. Also hierdurch hätten wir weitergehen müssen. Okay, hier kann ich anscheinend die Tore öffnen. Also mit Sicherheit sind es Feinde. Und zwar könnte ich mir vorstellen, dass die sich dann verwandeln, sobald ich aufmache. Haben wir den hier? Stabtes Feuerfürst. Ach, das haben wir ja weggeschmissen. Ein Leichnam. Yo, da stürzen wir uns auch mal auf ins Abenteuer. Okay, sind einfach süß ausgestiegen, weil Zombies sind. So, die nächsten können wir auch gleich Köpfen. So, die nächsten können wir auch gleich Köpfen. So, die haben wir anscheinend nicht. Was haben wir hier? Da können wir wieder unseren Org einsetzen. Flasche mit Beensaft. Immer schick. Wir könnten den ja mal runterziehen und dafür irgendwas anderes reinwerfen. Bisschen Hoppe Hoppe. Sonst sind gleich mal die Pilze rein. Die können wir bestimmt... Ah, Gegengift. Sauerei. Was haben wir denn hier? Schattenstalldörche. Die haben wir aber glaube ich schon gehabt, oder? Genau, hier. Jetzt haben wir Gegengift. Oh, das hört sich wirklich nach Giftspinne an. Gefällt mir schon mal überhaupt nicht. Aber selbst die bringen wir noch zur Strecke. So, dann schauen wir doch mal, wie es gerade weiter aussieht. So, kurz gespeichert. Halt, was ist das hier? Zur Grube. Auch wenn es eine ziemliche Sauerklau ist. Okay, auf zur Grube. Putzen die? Scheiße. Haben sie uns gesehen? Flasche Beherensaft... ...geschlossene Trudeln... Ah, da bräuchte ich dann die Diebes-Fertigkeiten. Das ist fix. Lass mich doch mal durch. Mööö. Frasche Bärensaft. Was haben wir da noch für Fähigkeiten? Eine Fähigkeit noch zu vergeben. Aber, okay, Schlösserknacken kostet 8 Punkte. Das wäre mir dann zu viel, letztendlich. Ich hätte auch die Punkte in Verstohlenheit nicht setzen sollen. Ich habe mir jetzt eigentlich nur wirklich am Anfang gebraucht, wenn ich noch ein bisschen schurkisch gespielt habe. Wir brauchen auf jeden Fall noch genügend Punkte für unsere Magie. Okay, dann schauen wir weiter. Es wird doch wohl noch nicht alles sein. Dafür kenne ich Darkness, heißt er gut. Ah, okay, oben ist ein Seelenwechsel. Wir sehen uns danach. Hallo. Ja, okay, ihr merkt ja sowieso wenig von den Seelenwechsel, aber ich sage es mir immer, weil es ist doch noch eine kurze Unterbrechung. Also so eine, wie soll man sagen, auf jeden Fall eine Tonverschiebung auf. Nicht, dass es für euch ein bisschen komisch vorkommt. Hoffe ich mal, stört euch auch nicht zu sehr. Wenn ich hier rauskomme, reiße ich hier alles mit meinen bloßen Händen in Stöcke. Dafür bewahrern wir Büßen. Leana? Leana? Hilfe! Ich höre menschliche Stimmen. Warum hilft mir niemand? Leana, nein! Boah, was zur Hölle! Ach du Scheiße! Ach du Kacke, ist sie dabei? Wir begrüßen dich, o Mutter der Stille. Wir begrüßen dich, Bote des Friedens. Nimm unser Opfer an. Segne uns mit Stille. Segne uns mit Frieden. Erhöfe unser Gebet für die Lebenden. Und die Toten. Ach, was ist das? Ihr Wichser. Tötet mir einfach hier, mein Fick, Liesl. Kann ja wohl nicht angehen. Oh, so schon wieder so viele. Nach dem Zwischneideste Woche, die Spinnen fürchten Feuer, aber es ist jetzt schon klar. Wir werden also doch wahrscheinlich später mal zum Feuerschwert wechseln dürfen. Na, bin ich jetzt wieder raus. Da. Ich habe nur Angst, dass ich hier entdeckte, zum Gebetsraum. Da sind bestimmt noch eine bescheuliche, süße Kerle. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich habe nichts gesagt. Die gehen mir schon ziemlich auf den Sack. Gerade noch mit dem letzten Streicher, weil getreten hätte ich nicht mehr können. Also, die sind ja wirklich immer heftig. Okay. Gut, was uns weiter hier oben erwartet, erfahrt ihr in der nächsten Folge. Wir sehen uns. Tschaui.